und dennoch ein paar anfangsvideos von sudeki aber ganz nett aber ist nicht so mein fall eigentlich eher weniger zeit let's plays zu schauen aber wenn ich mal zeit habe dann schaue ich schaue ich mal ein paar mehr das soll jetzt nicht heißen dass ich noch nicht so viel geschaut habe ich habe nämlich schon richtig viel geschaut das macht ja auch spaß und so das ist auch immer nicht ganz leicht welche zu finden die einem so gefallen öfter sieht man mal welche doppelt ach guck ich auch gern mal doppelt welche an weil wieder let's play hat ja einen anderen stil seine videos zu kommentieren ding 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 also hier ist alles wieder so wie es Participant aufbauen d ich krepanz für seite mal schüße ich Damit hier Mario... Ach... Ach, rüber! Gib Gas, Mario! Hm... Mir fällt grad auf... Wo mach ich das überhaupt? Da oben ist der Mittelpunkt. Und ich kann doch auch hier diesen machen. Ja, oder da oben diesen. Ach, ist doch alles merkwürdig. Juhu, meine Feder ist weg! Der blöde... Baseball-Mann ist auch weg! Football-Mann, Baseball-Mann... Ich weiß es nicht. Football-Mann, Baseball... Jetzt muss ich mal überlegen... Was ist das für einer? Football-Baseball... So, so ein Football-Mann... Der klatscht da immer so... Was? Die Uhr, die läuft! Die, die, die Uhr, die klingelt schon! Ich bin jetzt bei der Mitte! Ach... Jetzt will ich aber mal hier... Hallo! Ich hab keine Zeit, Mensch! Mensch, wir müssen hier weiter! Ah... Ich fang jetzt hier durchzudrehen, wenn die Uhr ertickt! Ah... Ich hab da eben erst die Mitte gesehen! Football-Mann, Baseball-Mann... Weg da! Weg da! Weg da! Ach, rein ins Ziel! 37 Sekunden! Achso, jetzt... Jetzt kommt mal wieder ein Schnitt! Okay... Ich mach jetzt hier einen Schnitt! Bis gleich! Bye!